Elektrotechnik-Podcast von Omid Giancarlo The Teacher ist mit einer neuen Folge am Start. Heute mal wieder mit einem Fitness-Thema, das aber auch etwas mit Elektrotechnik zu tun hat, denn wir haben ja hier den Elektrotechnik-Podcast und ich möchte euch ja nicht mit irgendeinem Thema hier aufhalten, wo ihr dann sagt, oh, jetzt kommt er wieder mit dem Thema, ne? Aber Leute, wer es noch nicht weiß, ich bin halt neben meiner Tätigkeit als Berufsschullehrer im Bereich Elektrotechnik auch tätig als Personal Trainer, Schrägstrich Fitnesstrainer. Also ich gebe zwei- bis dreimal die Woche Kurse in einem Fitnessstudio und trainiere auch persönlich Klienten, sei es jetzt im Bereich Krafttraining und Muskelaufbau zu Hause oder im Gym, je nachdem, was für Möglichkeiten da sind, oder Cardio-Fitness, also das Training für unser Herz-Kreislauf-System, um unter anderem koronaren Herzkrankheiten wie aber auch Herzinfarkten oder Lungen- und Bronchialkrebs vorzubeugen oder aber um das Paket vollständig abzurunden, bin ich auch lizenzierter Ernährungstrainer und bald auch Berater für Sporternährung. Denn mit Fitness allein ist es nun mal nicht getan. Und klar weiß ich auch, dass nicht jeder immer ins Gym kann oder die Zeit findet für Sport, gerade wenn man einen stressigen Alltag hat, vielleicht ein eigenes Haus, Familie, Kinder, da müssen hier und da Abstriche gemacht werden. Ich verstehe das vollkommen und ich bin auch jetzt nicht so ein Verfechter, dass ich sage, okay Leute, es gibt nur diese Disziplin, es gibt nur das eine. Ja, wenn man Schichtarbeiter hat oder einen Handwerker, wie ihr da draußen seid, die mir gerne zuhören und dann wissen, okay, du kommst hier von 8 bis 18 Uhr und dann hast du so und so viel geschafft, dann machst du nicht nur eine Stunde im Gym, weil dann lebst du für nichts anderes mehr, ja. Man muss auch, wie gesagt, hier unter Abstriche machen. Aber was ist euch eure Gesundheit denn wert? Erst letztens habe ich gelesen, dass über ein Drittel der Deutschen übergewichtig ist und dass ein Großteil von denen auch logischerweise viel häufiger zum Arzt müssen, was für mehr Belastung für unser Gesundheitssystem in Zahlen ausgedrückt 20 bis 25 Milliarden Euro jährlich ausmacht. Und damit ihr nicht dazu gehört, sondern gesund durchs Leben geht, möchte ich natürlich auch einen Beitrag dazu leisten. Natürlich ist es auch so, klar, ich will euch jetzt wirklich, wie gesagt, nicht auf den Sack gehen damit, aber Body Positivity, so schön es ist, ja, so schön das immer wieder klingt, so, ah, du musst deinen Körper lieben und so weiter. Ich bin mehr so der Dr. Cox, ja, von Scrubs, dass man sagt, okay, sobald du deinen Körper liebst, hast du verloren, so, du musst deinen Körper hassen, du musst immer weiter arbeiten, arbeiten, du musst ihn mehr strizen und so weiter. Also ich bin eher so diese Disziplinmaschine, so muss nicht jeder von euch sein. Ich habe natürlich auch durch meine Tätigkeit als Fitnesstrainer gelernt, empathisch zu sein und dann auch meine Klienten, meine Kunden, meine Kundinnen einzugehen. Dass ich gesagt habe, okay, du bist jetzt gerade da verletzt, du hast so einen Arbeitstag, wie kriegen wir dieses Trainingsprogramm bei dir in den Tag rein? Und gerade auch bei der Ernährung, da kann jeder von uns jeden Tag etwas tun. Da müssen wir nicht faul sein, nur hier und da mal so ein paar Gewohnheiten ins Leben implementieren. Aber ich möchte jetzt auch nicht ausschließlich über Fitness und Ernährung sprechen. Das hier ist schließlich ein Elektrotechnik-Podcast, aber wie gesagt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Denn wie ich schon in meiner Podcast-Folge Nummer 71, Elektrolyte und Elektrotechnik angesprochen habe, funktioniert unser Körper, unsere Organe, unsere Muskulatur und vor allem unser Gehirn mit elektrischen Impulsen. Und wir können unserem Körper in Form eben von Elektrolyten dabei helfen, also gut in isotonischen Getränken, damit Vorgänge wie Muskelkontraktionen, das heißt, wenn ich im Bizeps anspange, wenn ich die Hand zusammenpresse, egal was ich mache, aber auch Denkprozesse im Gehirn besser funktionieren. Und neben dem Elektrolyten, auf die ich heute nicht näher eingehen werde, denn dazu könnt ihr gerne meine Podcast-Folge Nummer 71 dazu reinhören, möchte ich euch die Wichtigkeit von sogenannten Antioxidantien näher bringen und deren Gegenspielern in unseren Körpern, den sogenannten freien Radikalen. Ich wette, jeder von euch hat da schon mal was gehört und hat gesagt, okay, das und das Lebensmittel enthält wichtige, lebenswichtige Antioxidantien und boah, ja, okay, hört sich erstmal schön an, aber ich konnte damit auch nie was anfangen. Also ich sag mal so, das ist wie mit so vielem, bevor ich mich jetzt selber damit befasse und nur so ein Halbwissen hole oder das erste bei Google eintippe und dann lese, okay, kann Krebs erzeugen, dann lieber das bei mir jetzt zu hören, wo ihr es so, ich sag mal, fundiert habt, ja, von einem, der sich gerne damit beschäftigt und das für euch in dem Podcast hier zusammenfasst. Also zunächst mal zu den freien Radikalen und warum die etwas mit Elektrotechnik zu tun haben. Als freie Radikale oder auch Prooxidantien werden Atome oder Moleküle mit ungepaartem Elektronen bezeichnet. So, und was haben Elektronen in der Regel für ein Bestreben? Sie streben danach, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Kleiner Spaß am Rande. Sie streben natürlich danach, schnellstens ein vollständiges Elektronenpaar zu erhalten und so in einen stabilen Zustand zu gelangen. Ja, weswegen wir ja auch mit der Spannung, wir trennen die Elektronen, die wollen sich wieder ausgleichen, ne, und so weiter. Und hier ist das ganz genauso. Das passiert also in unserem Körper. Und diese ungepaarten Elektronen reagieren unverzüglich mit dem nächsten Stoff, der ihnen in unserem Körper in die Quere kommt. Das können zum Beispiel in der Zelle die Erbsubstanz-DNS, also Desoxyrebonokylinsäure, das ist das, was ihr mal in Biologie unterrichtet, weiß nicht, was, siebte Klasse oder so? Ich glaube, da kam das mit der DNS, ja, auf amerikanisch DNA. Oder Fettsäuren der Zellwand sein. Und diese freien Radikale oder auch Prooxidantien, warum ich das immer wieder sage, werdet ihr gleich merken, wegen Prooxidantien, Antioxidantien, Klane, Pro und Contra, Pro, Anti, ne, haben nur eine kurze Lebensdauer, da sie eben heftig mit anderen Stoffen reagieren, um diesen, ein Elektron zu entreißen. Also die wollen das unbedingt, die sind radikal bei ihrer Suche nach diesem Elektron, deswegen freie Radikale. Also da findet ein Kampf in unserem Körper statt, gut gegen böse und das tagtäglich. Und diese freien Radikale sind leider, wie gesagt, aggressive Moleküle, die in unserem Körper zirkulieren und dabei Zellstrukturen sowie andere Moleküle zerstören. Und wer sich meine Podcast-Folgen zu den Strahlung angehört hat, mit den Gamma-Strahlungen, warum das harte Strahlen sind, die gehen durch unseren Körper durch, die zerstören da was bei unserer DNS und was passiert? Krebs. So, und das Problem dabei ist, dass eben die Zellfunktionen durch die freien Radikale gestört werden und Enzyme, also Enzyme kann man sich vorstellen, wie kleine Katalysatoren in unserem Körper, die verschiedene chemische Reaktionen in unserem Körper erst möglich machen. Also die sind schon sehr, sehr wichtig. Näher möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Und das Allerschlimmste an den freien Radikalen ist nämlich, dass selbst toxische Verbindungen produziert werden und sie die Zellmembran angreifen. Also zahlreiche Wissenschaftler vermuten nämlich auch in dem Zusammenhang, dass diese freien Radikale bei der Entstehung und dem Voranschreiten zahlreicher Krankheiten eine Rolle spielen. So zum Beispiel Krebserkrankung, aber auch Alzheimer, Arthrose, Diabetes mellitus, also Zucker und so weiter, Herz-Kreislauf-Erkrankung und eben den Alterungsprozess voranschreiten lassen. So, und jetzt will ich mal was vorausgreifen. Wer von euch nämlich raucht, das fördert auch die Produktion in unserem Körper von Antioxidantien. Und ihr seht, bei Leuten, die rauchen so faltig und so weiter, ja, das hängt alles damit zusammen, Leute. Also das kommt nicht von irgendwo her. So, und jetzt erklärt sich auch die Bezeichnung Prooxidantien als Prooxid für das Gift, wenn es ganz einfach ausgedrückt so gerne das haben möchte. Ja, also Prooxid für das Gift, Pro-Gift, ne. So, und für die Bekämpfung der im Organismus befindlichen freien Radikale, das erfolgt über ein spezielles endogenes System, auch körpereigenes Redox-System bezeichnet und gewisse Enzyme. So, ein Redox-System, wer es nicht weiß, ganz kurz, besteht aus zwei Stoffen, die chemisch miteinander reagieren, wobei ein Reaktionspartner Elektronen auf den anderen überträgt. Also genau das, was wir brauchen, um diese bösen freien Radikale zu besänftigen. Die kommen da und dann kommt unser eigenes, körpereigenes Redox-System, ja, unser Abwehr-System. Hier, Digga, hier hast du dein Elektron. Jetzt lass den Körper in Ruhe. So, bitteschön. So, und dann hofft man natürlich, so, okay, jetzt sind die besänftigt. Alles cool, wir können weiterleben. So, und zu diesem Redox-System zählen so Dinge wie das Glutationssystem, also das ist auch wieder ein körpereigenes System, das aus drei Aminosäuren, also wir haben ja diese acht essentiellen Aminosäuren, wo ja erstmal BCAAs, das waren ja nur drei von den achten, die waren ja erstmal so komplett on vogue, da hat sich jeder die Dinger gekauft und in Pulverform reingeballert, während des Trainings, während des Trainings macht es auch irgendwo Sinn, aber warum nur die drei, wenn man gleich acht haben kann? Und essentiell, weil sie eben nur von extern hinzugefügt, also die müssen wir schon zuführen, ja, die kann unser Körper nicht selber synthetisieren, deswegen essentiell. Und drei von denen, das ist die Glutaminsäure, Cystein und Glycin, die werden aus diesen drei Aminosäuren gebildet, wird und in fast allen Zellen in hoher Konzentration enthalten. Wie genau das funktioniert, erkläre ich jetzt nicht, nur so viel, dass es zu den wichtigsten als Antioxidanz wirkenden Stoffen im Körper gehört, ja, also das Glutationssystem, ja, die drei Aminosäuren, die da drinne arbeiten als Antioxidanz. So, dann haben wir die Katalase, auch ein Enzym, das aus Wasserstoffperoxid, was in unserem Körper teilweise echt vorkommt, also ein starkes Oxidationsmittel, diese Katalase macht aus dem Wasserstoffperoxid Sauerstoff und Wasser. Also das Oxid wird neutralisiert und für unseren Körper entsprechend verwertbar gemacht, ja, weil mit Sauerstoff kann man was anfangen, mit Wasser ebenso, ja. So, und dann gibt es noch weitere Enzyme, wie zum Beispiel die Peroxidase, aber da möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Nur so viel, ihr habt jetzt schon mal so ein bisschen was gehört, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, vielleicht nochmal zurückspulen, nochmal anhören, aber mehr braucht ihr dazu nicht mehr wissen. Also klar, wir haben körpereigene Antioxidationssysteme oder Redoxsysteme, die eben gegen die freien Radikalen kämpfen. So, wichtiger ist für euch, meine gesundheitsbewussten Zuhörer aber, dass diese schon in eurem Körper ja vorhandenen Antioxid wirkenden Enzyme, sprich euer körpereigene Abwehr, durch exogene, also externe Zufuhr mit der Nahrung, den sogenannten Antioxidantien verhindert oder zumindest verzögert werden kann. So, also ihr arbeitet jetzt, ihr könnt jetzt das so vorstellen, warum verzögert und nicht verhindert der Alterungsprozess oder gewisse Krankheiten, wenn sie denn nun schon da sind, zum Teil auch, sag schon, genetisch bedingt, wie zum Beispiel, wenn man jetzt Alzheimer in der Familie und so weiter, aber auch Arthrose, also Schädigung des Gelenkknorpels, kann man dann nicht mehr heilen, zumindest noch nicht, aber man kann das Ganze hinauszögern. Ja, das heißt, dass man länger fit ist, länger gut aussieht, länger gesund ist. Darum geht es ja und nach der Pause, ganz kurz jetzt, hört ihr von mir, wo ihr diese Antioxidantien findet und was es damit alles auf sich hat. So, also von diesen Antioxidantien gibt es natürliche Varianten wie Vitamin A, findet ihr in Milchprodukten, Seefisch und Leber, Vitamin C, ganz klassisch in den Zitrusfrüchten, Vitamin E zu finden in pflanzlichen Ölen, wie zum Beispiel Olivenöl, mein Favorit, dann Beta-Carotin, klar, Karotten, klar, Kupfer, Mangan, Selen, Selen zum Beispiel auch in Paranüssen, aber davon nur so zwei Stück am Tag maximal, trinkt dran, Zink, sowie in sekundären Pflanzenstoffen. Könnt ihr euch gerne mal reinlesen, was da drin alles ist, wo die drin sind, aber wie gesagt, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und die meisten der von mir eben genannten Substanzen und Vitaminen funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Sie stabilisieren Freiradikale durch Elektronenabgabe, so dass diese ihr aggressives Reaktionspotenzial einfach verlieren. So, hier hast du deine Elektronen, du bist jetzt vollständig, jetzt halt die Klappe, geh nach Hause. So, so wie ich das ab und zu mal zu Schülern sage, ja. Und das endogene Redox-System und die exogenen Antioxidantien arbeiten in unserem Körper in einem komplexen, fein abgestimmten System zusammen. Also so stabilisieren die Antioxidantien nicht nur die freien Radikale, sondern schützen und regenerieren sich gegenseitig. Also wie genial ist das denn bitteschön, was da in unserem Körper abgeht. Aber jetzt Achtung, ich weiß, dass viele da draußen sind, die sich gerne Supplements holen, um entweder Zeit zu sparen oder nach dem Motto viel hilft viel zu arbeiten. Supplements, es wird so viel Geld für Supplements ausgegeben und es ist eigentlich so, dass mit Sport plus Ernährung schon 98% von eurem Bedarf gedeckt ist. So und mit Supplements nur 2%, aber ihr gebt so viel Kohle aus für Supplements, das ist komplett unnötig. Aber mit Nahrungsergänzung, jetzt gerade bei den Antioxidantien, ja, also mit Nahrungsergänzung zugeführte, isolierte und hochdosierte Antioxidantien können zu einer Störung des von mir eben angesprochenen, fein abgestimmten Systems beitragen, weshalb ich euch da dringend von abrate. Jetzt denkt der ein oder andere bestimmt, dass auch Sport neben der Ernährung gut für unseren Körper und entsprechend gegen die freien Radikale ist. Ich muss ja hier korrekt bleiben und möchte euch stets auch richtig mit allem aufklären. Deshalb sage ich euch zunächst, was wissenschaftliche Studien dazu sagen, nämlich, dass körperliches Training die Produktion freier Radikale im Körper tatsächlich erhöht. So, jetzt denkt ihr euch, verdammt, ich höre jetzt auf mit Sport. Nein, Leute. Erstmal die PDF bzw. den Link zur Studie zum Nachlesen habe ich in meiner Podcast-Folgenbeschreibung, damit ihr da auch wirklich wisst, wo das her ist. Aber deshalb wird nicht nur körperlich inaktiven zur Gesundheitsverbesserung, sondern auch Sportlern häufig eine zusätzliche Einnahme von den Antioxidantien empfohlen, also Vitamin A, E, C, Beta-Carotin, Kupfer, Mangan, Selen, Zink und so weiter. Zu bedenken ist aber, meine lieben Freunde von Netflix und Chill, dass das körpereigene Redox-System bei regelmäßigem Sport ja aktiviert wird, was logischerweise dazu führt, dass aktive Menschen in der Regel einen besseren Gesundheitszustand aufweisen. So, das heißt also klar, körperliches Training fördert die radikale Produktion, aber dadurch, dass unser Körper ja in Schwung kommt, ja, dass wir den ja trainieren, das körpereigene Redox-System ja aktiviert wird durch regelmäßigen Sport, haben wir eben den Gegenteil, das ist der positive Effekt überwiegt dem Negativen. Also ab ins Training, entweder alleine oder mit mir, dann läuft es besser und effektiver. So, und außerdem gut ist, dass eine erhöhte Antioxidantienzufuhr, sprich mit Milchprodukten bei Vitamin A, Orangen bei Vitamin C, Olivenöl bei Vitamin E, Zink, Selen und so weiter, eben mit natürlicher Nahrung nachgewiesenerweise eine Gesundheitsverbesserung bewirkt. Also ich erzähle euch da jetzt nichts Neues, ihr hört einfach nur, wie das Ganze mit den Elektronen abläuft, warum ihr das machen solltet. Bericht dazu auch in der Podcast-Folgenbeschreibung zu nachlesen, mit den ganzen Vitaminen, also mit der natürlichen Nahrung, dass das nachgewiesenerweise eine Gesundheitsverbesserung bewirkt. Somit kann aufgrund der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Daten nur empfohlen werden mit der natürlichen Nahrung in Form von reichlich Obst und Gemüse, hin und wieder Fisch und Fleisch, sprich abwechslungsreich, so viele antioxidative Stoffe wie möglich zuzuführen. So, und ganz ehrlich, klar können das auch Veganer machen, Vegetarier können das auch machen, wie gesagt, Obst und Gemüse, ne. Hier und da ist aber in Fleisch schon was Besseres enthalten, es sollte natürlich auch gutes Fleisch sein, aber ich bin immer noch der Meinung, Leute, guckt euch unser Gebiss an, ja. Wir haben Schneidezähne und wir haben die Zähne zum Reiben, ja. Das heißt, wir sind Mischköstler, das heißt, wir sind nicht ausschließlich fürs Gemüse gedacht, so, deswegen hat uns die Evolution so gemacht, deswegen, ich übertreibe es auch nicht mit dem Fleisch, aber auch nicht mit dem Gemüse. Und für die Supplement-Fans unter euch, eine Vitaminzufüge über Bedarf hinaus bewirkt laut mehreren Studien keinen zusätzlichen Vorteil, wäre also eher rausgeschmissenes Geld. Also lasst euch eher mal vorher testen, wo ihr den Mangel habt, ja. Geht ruhig mal zum Arzt, macht eine Blutuntersuchung, großes Blutbild, wo habt ihr einen Mangel, macht dann eine Kur und guckt, ob sie es verbessert hat, bevor ihr jetzt ewig und drei Tage irgendwas zu euch nehmt und euch irgendwelche Pillen von irgendwo bestellt und nicht wisst, was drin ist. Jetzt aber zum Abschluss der Folge noch mein Appell an euch alle. Durch verschiedene Umstände, Leistungssport, also wenn du es wirklich übertreibst, rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und das ist bei Männern mehr als ein halber Liter Bier, 0,25 Liter Wein oder 0,06er Schnaps und bei den Frauen entsprechend dann die Hälfte, ja Ladies, ihr habt nur die Hälfte, das heißt 0,25er Bier, 0,125er Wein und nicht ein Glas Wein, sondern wirklich so ab da wird es dann schon eher toxisch für eure Leber und so weiter, kann die Zahl der freien Radikale im Körper stark ansteigen. Klar, je nach Körper und so weiter, man, ne, es muss irgendwo einen Richtwert geben, wie mit dem Aufzug mit den 75 Kilo und diese können dort Schäden eben verursachen. Dazu gehört die Verminderung der Zellfunktion und Zellteilung, was entscheidend ja ist für die Entstehung von Krankheiten und der Förderung des Alterungsprozesses. Also, bitte achtet auf euch und eure Gesundheit. Es bedarf nicht viel und nur hier und da mal auf sich achten. Finger weg von Fast Food, zu viel Energy Drinks, zu viel Alkohol, lieber mal einen Apfel, wenn ihr Hunger habt oder Energie braucht. Ja, ein Apple a day, keep the doctor away. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema freie Radikale und Antioxidantien haben, schreibt sie mir gerne über meine Website oder aber auch, wenn ihr euren persönlichen Trainings- und oder Ernährungsplan haben wollt, dann könnt ihr mir auch gerne über meine Website www.coachmarcei.de schreiben. Ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch. Dann machen wir eine Ist-Analyse, schauen, wo ihr euch so befindet, wie ich euch vielleicht helfen kann und wer weiß, vielleicht arbeiten wir schon bald zusammen an eurer gemeinsamen Zukunft. Lasst mir auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify und iTunes da. Gut für euer Karma, gut für den Algorithmus und abonniert meinen Podcast. Lasst mir auch auf TikTok, YouTube und Insta ein Like da und abonniert den Kanal, da stelle ich immer wieder passende Shorts und Videos zu meiner Podcast-Folge her oder online und denkt dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir hier, ja. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, ernährt euch gesund und macht Sport. Euer Giancarlo, The Teacher. Ja, 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 Vielen Dank.